so leute hat schon wieder geknallt heute haben die jungs 251 gefangen das jetzt schon der sechste fisch um die 100 kilo der hat aber locker drüber und ja super geil zeigt man was ein fettes teil so und den lassen wir jetzt schön wieder schwimmen ruhig von alleine weg schwimmen lassen wir das stehen und tschüss ja leute ja aber den kriegst du auch noch ja 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 ja